Lässt sich eine Bauchdeckenstraffung mit einer Fettabsaugung kombinieren? Auf alle Fälle, dies ist sogar eine sehr sinnvolle Kombination. Viele Frauen oder auch Männer haben einen Hautüberschuss am Bauch, zusätzlich aber noch einen gewissen Volumenüberschuss, Fettanteil im Bereich der Flanken. Sehr gut kann man das gemeinsam kombinieren und eine Fettabsaugung und gleichzeitig Bauchdeckenstraffung durchführen. Die Operation dauert dann einfach etwas länger, ist aber ansonsten nicht kompliziert dadurch.